Wie errechnet man den Nettopersonalbedarf im Rahmen der Quantitativen? Quantitativen Personalbedarfsanalyse. Also erst mal verdauen, Frage erst mal verdauen. Wir sind also im Bereich der quantitativen Personalbedarfsanalyse. Das ist die Frage, wie viele. Quantitativ bedeutet in Zahlen messbar. Hat also mit Zahlen zu tun, ist also die Frage, wie viele Mitarbeiter brauchen wir zu einem bestimmten Zeitpunkt. Dann gibt es noch qualitative Personalbedarfsanalyse. Die stellt sicher, dass Anforderungsprofile und das Profil der Mitarbeiter möglichst übereinstimmt. Das ist die qualitative Personalbedarfsanalyse. Wir sind aber jetzt in der quantitativen Personalbedarfsanalyse und wollen den Nettopersonalbedarf, also die Zahl der Mitarbeiter, die wir tatsächlich brauchen. Da geht man aus vom Bruttopersonalbedarf in TX. T steht für Tempus, die Zeit und X ist ein Zeitpunkt in der Zukunft. Also sagen wir heute in drei Monaten. Bruttopersonalbedarf in TX. Minus Personalbestand in T0. Statt T0 könnte ich auch sagen heute. Plus Personalabgänge T0 bis TX. Und wenn wir da einen Strich drunter ziehen, kommen wir auf den Nettopersonalbedarf in TX. So, schauen Sie hier. Minus, Plus. Von den Menschen, die wir brutto brauchen, sagen wir heute in drei Monaten, ziehen wir die Menschen ab, die wir heute schon haben. Bis dahin leuchtet es ein. Was ein bisschen irritierend ist für manche ist dieses Plus, aber das Plus ist richtig. Denn Plus Personalabgänge sind die Menschen, die wir im Zeitraum heute bis, sagen wir heute in drei Monaten, noch verlieren werden. Durch Kündigung, durch Tod, durch was weiß ich. Ja, also Personalabgänge T0 minus TX werden wir verlieren. Deswegen erhöht sich hier der Nettopersonalbedarf um diese Abgänge oder in Zahlen. Nehmen wir an, wir brauchen in drei Monaten brauchen wir 100 Leute. Personalbestand heute sei 80. So, jetzt können wir sagen 100 minus 80. Wir brauchen also 20 Leute tatsächlich netto in drei Monaten. Aber jetzt müssen wir noch überlegen. Genau wissen kann man es nicht, aber wir werden sagen, wir werden noch fünf Leute verlieren. Zum Beispiel fünf Leute werden kündigen oder wir werden ihnen kündigen, wie auch immer. Ja, dann erhöht das wieder den Personalbedarf. Hier haben wir 10 minus 80, 20. Jetzt müssen wir aber wieder fünf dazu rechnen. Das heißt, unser Nettopersonalbedarf in TX sind 25 Leute, weil wir das hier auch noch abfangen müssen. Natürlich ist das hier nur eine Schätzung. Ja, genau wissen kann man es nicht, aber wir müssen hier eine Zeile einziehen dafür, weil das ist Fluktuation. Und das gibt es eben und das müssen wir einplanen. Wollen Sie lernen ohne zu leiden? Dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Dieser Link führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank. Im Übrigen glaube ich, dass wer einen Fernlehrgang bucht, sich durch schöne Werbebilder hat täuschen lassen. Er muss nun unter dieser Täuschung leiden. Wollen Sie hingegen lernen ohne leiden? Dann klicken Sie einfach auf den Link unter diesem Video.